Willst du kreativ loopen, dann bist du hier genau richtig. Loopen ist total im Trend, egal ob Singer-Songwriter wie Ed Sheeran oder DJs wie Robin Schulz, ja auch Klassiker wie David Garrett, alle benutzen sie, die Loopstation. Doch wie bedient man sie und was macht man mit ihr eigentlich? Alle diese Fragen erkläre ich dir in meinem 60-minütigen Video-Workshop Kreativ loopen. Neben den Grundlagen und nützlichen Tipps zeige ich dir vier Songs, womit du deinen Loop richtig geil klingen lassen kannst. Zu der DVD ist separat ein Notenheft erhältlich. Dort bekommst du die theoretischen Inhalte, es gibt Quiz nach jedem Kapitel zum selber testen und selbstverständlich die Noten mit Tabulaturen und Randnotizen und nützlichen Tipps für die DVD. Bist du neugierig geworden? Dann starte jetzt mit Kreativ Lupen!